... Teilnehmer. Auf der Bahn 1, der war Deutschland- und Zeitmeister im Jahr 2009, Dritter der vergangenen Deutschen Meisterschaften, Daniel Binanz von Essener Leipzig, in Italien. Auf der Bahn 2, der Halbjörn ist der Weltmeisterschaft von 2011, von Brinster SC, Georg Fleischhauer. Auf der Bahn 3, der U20- und Obermeister des vergangenen Jahres, von der LG Night in Berlin, Varek Königsmann. Auf der Bahn 4, der 6. der deutschen Meisterschaften des vergangenen Jahres, von TV-Wagtscheid, Halbspiel für Mirko Spitz. Zweimal war er deutscher Jugendmeister 2006 und 2007, von der LG Offenburg, Quentin Zeigel, auf der Bahn 5. Negativ vorlauf, Westfeld, 50,1 Sekunden, auf der Bahn 6, von der LG Club Athletik Tobias Giel. LG Offenburg, Varek Königsmann. Es sei vor allem, auf der Bahn 7, Daniel Raffstein. Und 16. der U23-Europameisterschaften von 2011, von der LG Stadtwerke München, auf der Bahn 8, David Goldhoff. Das finale 400 Meter, Jürgen der Renner. Norden des U23-Nexai Celtic FC SympRA 2. Der Warkenspreis via US oderAB 1277 terus Kulturs. Jürgen der Renner. Jürgen der Renner. Jürgen der Renner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.